Ja, Bruce, mit mir, Doc Snyder, zusammen auf der Messe in Höhenberg, ja, weil mein Gesicht in die Kamera kommt selten vor, selten ist gar nicht, aber heute muss es mal sein, heute wird es für mich ein bisschen entspannter, ich war gestern schon mal hier, wollen wir mal gucken, was wir heute hier noch schön entreißen können, und ich freue mich, erst mal, dass irgendwer weiß, wie er aussieht, weil wir hatten zwar Kontakt, aber keine Ahnung, wie aussieht, zweitens wohnt er sogar noch in der Nähe, und drittens, du wohnst auch in Texas, ja, auch in Texas, genau, im West Texas, West Texas, ja, aber ihr wisst ja, Doc Snyder gibt es eigentlich gar nicht, super geil, und drittens, ich freue mich ganz toll, sein Kanal ist wieder da, er hat jetzt zwei, er hat immer noch zwei Kanäle, ja, ich muss in einen, muss ich erstmal wieder, aber ich werde ihn nicht löschen, Ja, und auch, man weiß ja nicht, ich werde rumbenennen, und dann machen wir es. Alles klar, viel Spaß dir, ich schütt dir noch ein Bier. Alles klar, okay. Mein Liebespferd hat gerade ein paar Haufen gemacht, du kannst dir einen Pferd abbegeben, das soll deine Lose sein. WDR drds. heftiger D folks. 見st du任end. growl 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 Bis zum nächsten Mal.